Hey, wie? Hörst du mich? Laut und deutlich, schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mach nen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier in der Anlage. Ah ja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Start? Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, ne große Sache wird das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenbindung und so. Du könntest ja Knaren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspring einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Wie? Also wirklich? Klar, bin dabei. Wann? Na ja, jetzt. Wir warten auf dich. Bis gleich. Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du nochmal schiffen musst oder so. Mach's jetzt. Wie aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Na ja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. So, wie viele sind da? Nur sechs? Meine Fresse. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das vom Nachbarn, der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und wollt eure Sturmwurmen und Raketenschleudern raus. Verstanden? Der erste Preis ist ne Pistole. Aber ne echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Aber genug gelabert. Da wird man ja bekloppt. Bereit? Drei, zwei. Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der Doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Äh, meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man einen Halfter. Ein Halfter. Und jetzt mach nen Abgang, Mann. Sofort. Hey, entspannt dich schon. Einfach mal, ich rächeln. Bin ja schon weg. Perlen vor die Säule. So ein Scheiß. Na gut. Drei. Drei. Zwei. Eins. Sehr gut, V. Sauber. Gut aus, Rudy. Aus sie weg. Halbzeit weh. Sieht gut aus. Nur das für ein Mist, Lisa. Brille vergessen. 15 Sekunden. Weiter so wie. Vermasselst nicht. Ah, geht doch nichts über den Geruch von rauchenden Kolb. Stopp, Leute. Ende. Wir sind fertig. Erster Platz. Wie. Zweiter. Rudy. Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen. Na los, verschwindet. Danke, Wilson. Schönes Ding. Mhm. Jupp. Hey. Alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay. Gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen. bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll es lassen. Mach's gut wie. Man sieht sich. Mr. Stunt. Härter als dein Leben. Dauergeil. Mit diesem Teil.